Sie sind Profis und bieten den richtigen Preis an. Wir haben mit 120 bis 125 Tonnen pro Stunde gerechnet. Die Anlage schafft das ohne Probleme. Es muss einfach funktionieren. Denkorn hört, was man sagt. Denkorn möchte die beste Wahl auf dem Markt sein. Deswegen liefern wir immer die beste Lösung für den Kunden. Und wir arbeiten mit einem Produktprogramm, das alle Produkte innerhalb Flachlagerung, Mobiltrockner, Silotrocknung und Aufbewahrung umfasst. Und Trocknung von Saatgut und andere Sonderernten. Wir sind ein Full-Line-Lieferant, der den Bedürfnissen des Landwirtes entgegenkommt. Wenn der Kunde bei Denkorn in Zusammenhang mit einem etwaigen Kauf anruft, wird der Kunde mit einem Verkäufer in Verbindung gesetzt. Der Verkäufer besucht den Kunden und das Projekt wird besprochen. Wenn eine Auftragsbestätigung vorliegt, ist die Arbeit des Verkäufers beendet oder fast beendet. Der Verkäufer gibt das Projekt an unsere Projektabteilung weiter, der die weitere Bearbeitung sowie den Kontakt zum Kunden ab jetzt übernimmt. Der Projektmitarbeiter kann dem Kunden auch mit dem Bauantrag und anderen Genehmigungen den Behörden gegenüber behilflich sein. Denkorn war für den Gesamtbau verantwortlich, Anträge und so weiter. Unsere Anlage ist jetzt seit zwei Jahren in Betrieb und es läuft völlig wie gewünscht. Er sorgt dafür, dass wir die technische Dokumentation liefern. Die brandtechnischen Anforderungen sind sehr hoch und gerade jetzt aktuell. Der Projektmitarbeiter sorgt dafür, dass die Waren zeitgemäß geliefert werden, dass alle Lieferanten informiert werden und ist auch für den Kontakt zu den Montageteams verantwortlich. Wenn diese Arbeit abgeschlossen ist, verschickt das Lager die bestellten Waren und das Projekt wird bei dem Kunden abgeschlossen. Ein Mitarbeiter von unserer Qualitätsabteilung geht dem Projekt beim Kunden mit dem Kunden durch, um zu sichern, dass die Qualität in Ordnung ist und dass wir die Erwartung des Kunden eingelöst haben. Wir haben eine enge und fabelhafte Zusammenarbeit mit dem Verkäufer von Denkorn erlebt. Die Silos wurden zeitgemäß und ohne Probleme errichtet. Nachfolgend haben wir eine Kontaktperson in der Serviceabteilung bekommen. Und wenn wir ein Problem haben, rufen wir den Servicemonteur direkt an. Wir haben die Gelegenheit ein paar Mal benutzt und der Servicemonteur konnte uns ganz einfach telefonisch mit den Fragen helfen. Dieser Service funktioniert auch ganz toll. Wir haben das größte Ersatzteillager Europas. Getreidehandhabungsausrüstung wird in einem begrenzten Zeitraum benutzt und in diesem Zeitraum müssen wir unseren Kunden sofort weiterhelfen können. Deswegen müssen wir halt ein großes Ersatzteillager haben. So ist es einfach. Wir haben dieselbe Philosophie, wenn wir über Fertigwaren sprechen, also Silos und Trockner. Wir haben immer Silos und Trockner auf Lager, für schnelle Lieferung, auch in der Ernte, wenn der Kunde es wünscht. Und dies ist nur möglich mit unserem Firmensitz in Hedenstedt und mit dem finanziellen Hintergrund der Firma Dankorn. Wir haben immer Silos und Trockner auf Lager, für schnelle Lieferung, auch in der Ernte, 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 für schnelle Lieferung. Untertitelung des ZDF, 2020